Wenn ich alleine das jetzt schon wieder sehe, dann sieht es jetzt schon wieder interessanter aus. Jetzt werde ich mich doch bestimmt wieder in die Hosen kacken. Hä? Hä? Der hat einen streamen hier, der hat einen streamen, like TikTok. Hä? Dieses Mal das erste Mal alleine. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt hier. Ich bin mir vorst Okay, ich bin gelacht. Das kommt jetzt hier. Ich bin frostbund. Was ist das? ening ich mich. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber ich bin mal dabei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich bin wert. Ich bin mal dabei. Ich kann mich nicht gut oder so. Ich bin mal dabei. Ich bin jetzt mal dabei. Ich bin jetzt. Ich bin mal dabei. Ich muss noch was schauen, eine Minute. Ich muss noch was schauen, eine Minute. So, könnte sein, ich mach mal ein bisschen Lade, warum soll ich mal ein bisschen Lade machen? Ich muss noch was sagen, ich muss noch was sagen, ich muss noch was sagen. So, ich muss noch was sagen. So, ich muss noch was sagen, ich muss noch was sagen. Was ist das jetzt? Was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ach, jetzt sagt er mir auch, dass ich... Hutoption. Hä? Hutoption. 100%. Habe ich doch. Oh. Oh. Na, da stand halt nur, dass ich es hinten voll machen soll. Da guck, soll beides 100% sein. Wieder dreimal, ja. Ja. Was ist jeder da von mir auf Optionen? Warte. Ich hab doch, ähm, den, die Hut-Einstellung schon auf 100%. Also anders geht's doch grad gar nicht. Von daher... Äh, ja. Oh, ja. Äh. 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 nicht hey meint es jetzt so oder was das schon nicht wieder vergessen dann umzustellen weil nicht dass ich dann beim normalen spielen dann irgendwie dann probleme habe oder so sieben zuschauer auf einmal sind nun los ich habe keinen plan muss jetzt machen soll er weiß nur für den ecken steht da soll hat 100 prozent vor option sein ich lasse das jetzt mal so es ist auch angepasst ach jetzt sehe ich was ich mal was du meinst nun jetzt ist alles in ordnung ich sehe keine kein bildschirm zeigt mir hier was ist es wieder normal was hat denn jetzt die wand mit den links dazu tun den rand habe ich ja gerade eingestellt wenn ich da hatte sie ist ja kein rand mehr gerade gerade eben hatte ich hier noch so ein rand und den links an ich war wahnsinnig hier soll das jetzt hier sein ja ich will ja ich ich jetzt jetzt ich mich Ich habe da aber keine. Das ist auch eingestellter. Wenn ich das nämlich jetzt kleiner mache, passiert das hier. Dann habe ich hier unten rechts und links so zwei Ecken. Das war ja gerade eben eingestellt. Moin Moin erstmal. Dankeschön, Dr. Harry für ein Rate mit einer Gruppe von neun Personen. Finde ich immer richtig, richtig geil hier. Richtig geil. Geil, geil, geil. Weiter, der zum ersten Mal chattet. Geil, geil, geil. Was ist denn jetzt los? Hallo. Moin Moin. Servus. Moin Zen. Evolution Prime. Jetzt geht es los hier. Jetzt geht es los. Na ja, den Rand habe ich dauer gemacht. Oder bin ich jetzt besoffen? Muss ich mir das nochmal anhören. Ja. So, also, du hast dort an dieser Wand hast du so ein, sag ich mal Plakat. Und wenn du davor stehst, siehst du ringsrum um dein Bild so ein Rand. So, und dein Bild muss um den, also perfekt an dem Monitor angepasst sein, dass der Rand ringsrum nicht ist. Aber auch so, dass es nicht zu groß ist. Und wenn du das hast, dann kannst du dort, wo du jetzt stehst, vor den drei Türen, vor den drei Fahrstühlen, einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Rechtses Club ist schwerste und nächstes einfachste. Ja. Richtig. Harry Army. Kommen von der Harry Army. Harry ist der Beste. Ja, erstmal Moin Moin erstmal an alle. Schön, dass ihr hier hergefunden habt. Schön, dass ihr erstmal als geregneter bei mir jetzt hier seid. Richtig geil. Harry Doktor. Eine Gruppe von neun, wie habe ich denn das, wie habe ich denn das zu vermitteln jetzt? Also, das ist ja mal richtig porniös hier. Habe ich ja überhaupt noch nicht, äh. Richtig geil. Danke, 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 auf jeden Fall erstmal hier. Wie geht's euch so? Ich gehe jetzt einfach hier durch. Und nicht an der, nicht an dem Tisch, sondern an die Wand. Da kannst du das am besten sehen. Naja, da sind doch nur so schwarze Streifen an der Wand. Alles andere ist doch dann Kackwurst. Oder nicht? Ich blick da gerade nicht durch. Ich gehe jetzt einfach hinein. Was wollen wir starten? Links, Mitte, rechts, Leute. Was wollen wir machen? Du bist einfach nur sympathisch. Okay. Dankeschön auf jeden Fall, wenn ich sympathisch bin. Aber, wie, dann müsste es dir ja theoretischerweise ja schon eine Weile zuschauen irgendwie oder so. Oder liege ich da jetzt total falsch? Was? Ich muss, glaube ich, noch einen Tick größer die hat. Hä? Da steht aber irgendwas mit 100 Prozent. Oder bin ich der? Also ich bin ja gerade völlig lost. Sorry, Leute. Das Ding verzögert sich schon. So, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier auf 110 mache, ne? Mal als Beispiel. So, speichere das. Und gehe jetzt an das Ding hier ran. Ist ja auch nicht irgendwie anders. Guck, da ist Player und Co. alles verschwunden. So. Da sieht das ja dann hinterher wieder komisch aus. Ne? Da ist Connect weg. Da ist das Player. Das P ist hier fast verschwunden bei mir. Der Rand. Welcher Rand denn? Ich blicke gerade nicht dort. Ich würde mich ja veräppeln. Hättest du das zu von der Rolle. Du musst an die Wand, an das Plakat. Und ringsrum auf der Monitor am Rand siehst du, dass der nicht ganz angepasst ist. dass da noch, dass der Rand halt nicht ganz in deiner Bildschirmecke ist. Und jetzt zum Beispiel, wo du jetzt gerade, wo du guckst, ist das viel zu groß. Hä? Lost. Ich mach's jetzt mal auf 80. Du musst das minimal anpassen. Wenn du siehst, das ist zu groß, dann musst du es kleiner machen. So, bis es perfekt ist. Ich versteh's nicht. Nee, ich bin total lost, Alter. Ich kenn's. Ich seh's ja vor allen Dingen auch nicht, weil das Problem ist, mein Fernseher hat irgendwie so einen Tick, dass der manchmal, oder was heißt manchmal eigentlich schon seit längerer Zeit, das Bild generell so macht, wie reingezoomt. Ne? Ähm, wie so reingezoomt, muss ich sagen. Also sprich, wenn ich jetzt nichts an den Einstellungen mache und ich bin jetzt zum Beispiel in irgendeinem Spiel drin, ne, seh ich in manchen Sachen zum Beispiel jetzt bei Fortnite zum Beispiel, beste Beispiel. Rechts hat man doch dieses Inventar zum Beispiel, ne, und da hast du doch zum Beispiel vier Waffen oder fünf Waffen, sag ich jetzt mal so, oder fünf Sachen, die du nehmen kannst. Und von dem letzten, was am Bildschirmrand dran ist, seh ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die kleinen Medi-Schlürftringe habe für, äh, Panzerung, seh ich zum Beispiel gar nicht mehr die Zahl, was, ähm, oder wie viele ich da von den Dingern drin habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sechs drin habe, seh ich das nicht. Ich seh nur, dass ich zum Beispiel diesen Medi-Kit da habe, ähm, aber mehr auch nicht. Ne, deswegen kann ich das jetzt hier gerade auch nicht so richtig anpassen, einstellen, wie auch immer. Also, ja, weil das ganze Bild so ein bisschen halt reingezockt hat. Was? Harry und ich haben das schon mal durchgespielt, musst auf zehn Prozent machen. Vertrau. Hä? Welche Plakate, welcher Wand? Eigentlich ja der hier. Ich verstehe es überhaupt nicht, wie Toto sagt. Du musst das schon. Was? Warum, warum steht er eigentlich jetzt da hier zum Beispiel? Warum ist, schaut ohne Audio zu? Was bedeutet das, Leute? Was heißt das hier bei Twitch? Schaut ohne Audio zu. Klitsch schon 2020. Das ist ein versteckter Hinweis. Tiktok. Hä? Ich habe keine Ohren. Naja, aber, das, ich hatte, also wenn ich mal einen Zuschauer gehabt hatte, war ich schon mal so, dass das da da stand, das mit dem Lautsprecher. Out-of-Bildschirm. Hm? Ich verstehe es immer auch nicht. So geht es eigentlich jetzt, okay? Ja, vor allen Dingen, wenn ich auf zehn Prozent mache, dabei erkennt es ja gar nichts. So, links, rechts oder Mitte? Vor allen Dingen zehn. Da wollte ich doch auf die Schippe nimm hier mit zehn. Das ist doch hier eine ganz komische linke Aktion. Das sage ich jetzt mal so. Das sehe ich nix bei dir. Hört nur zu. Ja, wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kann man zum Beispiel jemanden nur zu hören oder nur zuschauen ohne Ton? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ich sehe schon wieder, das wird auch wieder so eine Scheiße, das scheiß ich mir doch gleich wieder an die Hose. Wow! Und für was, für etwas spenden. Mein Link geht nicht, welcher Link? Wieso kaputter Queen's Queen? Da geht kaputt ein Queen's Queen. Jetzt geht's los. Hallo, irgendjemand? Wer da her will kommen, das sind die Troller von Dr. Harry. Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe sowas bei Twitch so gut wie nicht gehabt. Also von daher weiß ich es nicht irgendwie, ne? Die haben es bei Harry auch gemacht. Okay. Kann ich nicht beurteilen, wie gesagt. Ich habe so wenig Zuschauer-Lader bei Twitch dabei, dass ich das leider nicht auseinanderhalten kann, was da was ist irgendwie. Geschweige denn, ne? So, Moment. Das Auto ist ja jetzt kaputt. Gehen wir jetzt hin? Wo müssen wir denn jetzt hin? Gibt es hier irgendwie Informationen oder gibt es irgendwo einen Plan, was ich machen kann? Ja, okay, ich lehne dich schon mal zurück. Das könnte jetzt interessant werden. Ich muss mir schon mal die Scheiß-Ausrolle zurechtlegen. Ich drehe schon mal bis ins Mikrofon runter. Bin ich nicht ganz so laut. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. Okay, okay, okay. Muss ich jetzt hier reingehen? Ne, kann ich leider nicht wegmachen. Ich weiß nicht, warum der Code da steht. Keine Ahnung. Ins Haus. Garage. Muss halt mal hier umgucken. Nicht, dass ich hier vielleicht doch irgendwas übersehe oder so. Weißt du, wirst du ja nicht. Vize, Vize, Vatze. Jetzt gibt es eine auf die Glatze. Meine lieben Damen und Herren, wir sehen jetzt hier einen angenehmen Aufenthalt. Gleich werde ich hier gefressen oder auch nicht. Oder... Vor allem, ich bin eigentlich eine weibliche Person, aber es ist eine männliche Charakterstimme. Wie geil. Oh, wow. Lording, please. Das kann ich noch verlesen. Das wird genossen, wie du aufs Mal bekommst. Dankeschön, ey. Das wird genossen, wie ich aufs Mal bekomme. Du bist ja richtig nett zu mir, ey. Hallo, ist jemand hier? Warum hab ich schon ein Gefühl, dass hier gleich irgendwas passiert? Hättest du einen anderen Skin nehmen müssen? Ach, ich doch nicht. Warum ist hier ein Springbrunnen? Mitten in der Bote und einem Baum? Wow. Wer hier wohnt, muss ziemlich weiblich sein. Ja, ich streamere nebenbei noch auf YouTube. Ich bin immer auf YouTube und Twitch live, weil ich so oft schon bei Twitch alleine live gegangen bin. Manchmal auch über 4, 5, 6 Stunden und so und nie war einer dabei gewesen. Deswegen bin ich immer parallel live. Eigentlich ja.